hier pilzzuppe musst du mitnehmen das ist nahrung alter willst du mich eigentlich trollen? ich hab vor allen dingen alles übersehen sie weiß hier ist nur eine spinne und ein zombie aber interessiert ja keinen oh 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 renn 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 wir sind in der letzten truhe oder? hast du gerade den truss? halt den mal so dass ich da hinkomme aber ja ich weiß geh weg 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 moment geh weg ich will dich nicht ich habe nur noch wie viel herzen habe ich der fällt automatisch rundher hat jemand sobald mit den kids hast du doch schon eigentlich aber hier ist ein dorf in die richtung alter da kriegst du noch mal übelst ein mit gezwiebelt so jetzt stelle ich hier eine truhe hin wo ihr euer müll reinschmeißen könnt du die doch hier in die truhe was was hast du für ein schwert zeig mal was habe ich nicht sagen aber ein bisschen was fliegt ja um mich herum die würde ich nicht nutzen hast du noch mal auf einmal das hier wäre ich dann habe ich noch anstatt er die truhe aufmacht der follower ist weiß wenn du dann rechtsklick drauf machst das ist dann da was es für einen effekt hat ob sie haltbarkeit hat magnetisierung oder effizienz goldenes ei was war denn das tierquäler jetzt wird der bwf uns unseren kanal spüren nein das können wir nicht mehr machen das bräuch ich alles nicht die roten steine würde ich mitnehmen daraus kannst du übelst geile dächer ich habe aber gehört wir wollen jetzt da hoch und das dorf blündern also mit schaden würde das ja jetzt um einiges geiler aussehen aber ich glaube da kann texte ab als wir müssen die richtung mitnehmen mitnehmen schaufeln wer wird es erst da ist um die an ihm stimmst die lag schon hier als die neue ohne halbieren ich muss aber erstmal weg hoch finden und vor allen Dingen, ich bin so, ich bin diese Intelligenz-Beste von Intelligenz. Okay. Oh mein Gott! Ich seh's schon, ich seh's schon, aber ich fall jetzt tief. Oh mein Gott! Siehste ohne teleportieren, ich hab eindeutig den schnelleren Weg gehabt. Wollen wir die Dorfbewohner wieder killen? Alter, wir hatten da so tief gesetzt. Was? Hier, verpfeift dich aus meiner Bude! Ich will jetzt hier was kaputt machen! Oh, hier ist ja nichts drin, das ist ja langweilig. Ja, scheißegal, die geben EP. Du Mörder, du hättest mit denen handeln können. Wenn die was Gutes drin haben, sind sie tot. Erstmal friedlich. Die haben auch nichts Gutes, oh, was ist denn das hier für ein Dorf? Nein. Jetzt, pass auf, erst friedlich vorgehen. Oh, die haben was, die haben was. Oh, der hat was. Wollt, oh, mein Gott! Ich hätte ja gerne mal Licht. Also, ich hab' einen Kupferschild, dann hab' ich einen Slyme, dann hab' ich einen... Ich hab' einen... Die passen wir, die schöne Kaktusfanne. Dorfbewohner, ich will mit dir nicht handeln, ach das Zeug, haben wir alles schon. Weißt du, was ich aber mitnehme? Alter, was gibt... Ey, die Tal-Refusel-Station gibt ja eine. Was? Hier, der oben, der ganz oben in der Ecke. Ähm, das ist die Capsule-Station, damit kannst du Mobs einfangen. Also du kannst sagen, du kannst Spawner, ich glaube, damit versetzen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Lass die Kirche plündern, genau. Alter. Alter, ich habe keinen Bogen. Ich muss mich jetzt irgendwo reinstellen. Mach da mal Licht. Ähm, was will ich eigentlich mit... Ah, ich bin da. Ja, darf ich erst mal das gute Zeug hier weg, was ich hier so habe? Das ist das? Ey, hier ist noch ein Battle Tower. Was machst du? Wo hast du hier noch ein Battle Tower gesehen? Ah, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Okay. Okay, es sind zwei Stück. Es sind zwei Stück nebeneinander. What the fuck? Hallo! Was ist der andere? Nein, dahin nur. Hallo! Bist du hier? Bist du hier? Ja. Der Moor hat gar nichts gelitten. Doch, Small, komm her. Ja, ich bin da. Ne, ich bin unsichtbar. Boing. Was sagst du? Erstmal den Spawner hier kaputt machen und den. Hinter dir, ich rette dir hier. Vor allem, der rennt einfach ohne uns schon eiskalt vor, weißt du? Was? Du mal. Ich will mich auch mal ein bisschen battleen. Aber ich weiß dann eh, wie der stirbt. Was will ich mit den Scheiß? Hä? Ach, ist doch gängig. Mit mit dem Team. Was macht denn? Ich bin ein Maul. Vor allem, wie er die Level nicht so einfach fließen, weißt du? Oh, ein Eimer. Wie viel? 32. Ich bin gerade mit der Lippe 33. 31? Hm. Ich bin gerade mit der Lippe 34. Oh, ein Eimer. Ach, du Kacke. Ich will die Lippe 34. Nein, ich bin wieder zu mir. Ich will sie nicht so. Ihr wollt mich doch trollen, ihr Scheiß-Mobs. Ich will sie nicht so. Ich will die Lippe 34. Oh, ein Eimer. Ich bin wieder zu mir. Ich bin wieder ruhig. mein Gott das in den Prozent es wird mehr Prozent und hinter dir in den Wohnen und die Spieltel in den HV 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 in Heloriten klinge rückstoß und beinahe testen was macht das für der match das ist jetzt mein neues schwert ich habe mich gerade einfach nur getreten und anfangen die dinge abzubauen ich bin jetzt alter was attackt und mich hier den komischen was machst du eigentlich hier ich hab'n geiles vor allem anstatt sie die spawner abonnen das hört sich aber jetzt nicht gesund an die ist explodiert hier ist irgendwas runtergefallen die kiste hier sind jetzt die ganz oben normalerweise wo ist denn der battletower typ ich bin ganz oben und jetzt ja wo ist denn der oben was ich nicht gefunden habe das hat mich einfach mal getroffen ich schieße ihn gerade mit dem bogen ab ganz oben das hat mir gerade mal eine ränder ausgeräumt solange du uns nicht triffst ist alles in ordnung du brennst jetzt auch gut die pfeile fliegt ich hab was raus rennen ich hab die kiste die gerade noch weißt du was drinne waren vier diamanten und ein paar emeralds was hast du halt die klappe ich glaube hier runter ich warte schon vor dem weg oh ja könnte ich auch machen ja aber ab ner gewissen überbringt sie nix mehr so also das brauche ich nicht ich auch was erst mal warten dass das ding fertig zerstört wurde weil ich habe einfach mal die ausrüstung die ich mir schon gebaut habe wieder gefunden wie das kann ich hier haben naja gefunden wenn das scheiß ja komm oh 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 das ist eine boss spinne wollte ich dir noch anmerken war das ding ja was hat die gedroppt äh äh komm mal her weiß ich nicht ich bin voll tu mal eins raus warte ich helf dir und nötig ich hab da was mit dich wo ich nicht wo ich nicht wo ich nicht wo ich nicht hast du schon raus ich hab hier was für dich bitte nimm das mal auf was hast du mal gelesen was er schon hat was denn ich muss auf oh ja das ist aber ein niduridenschwert und das ist sehr selten ich bin